Willkommen zu Paraplüsch, ein Game, das ich vor vielen, vielen Jahren bereits gespielt habe und ich habe es wiedergefunden. Und in diesem Spiel therapieren wir Plüschtiere, die sehr traumatisiert sind und in diesen Gesprächen kommen sehr ges... Ich wollte wieder gespannt sagen. Interessante Geschichten über, ja, das Trauma der Tiere tatsächlich raus. Und es gibt mehrere. Wenn es euch nämlich gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Dann spielen wir nämlich auch noch alle weiteren Plüschtiere. Wir fangen jetzt aber zuerst mit dem Nielpferd an. Und meine liebe Community ist auch gerade live dabei auf Twitch. Kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv. Da haben sich auch schon ganz viele Leute gefreut, die das Spiel von früher kennen, dass wir es jetzt spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte auch noch mal eine kleine Warnung aussprechen, falls sich jemand gerade auch bezüglich gerade Therapiesitzungen und wir sind hier, glaube ich, in einer psychischen Anstalt da irgendwie getriggert fühlen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und dann gehen wir rein und hoffen, dass wir alle Plüschtiere heilen können. Ist nämlich gar nicht so einfach. Wir reden von Stuttgart. Konsumverwünscht und doch einsam. Das sorgt für viel Frust, der einen noch einsamer macht. Nur einer ist immer da. Das kuschelt dir. Der Vibrator. Das heißt... Ist der Wahnsinn. In der Anstalt des Dr. Kindermann werden diese Wesen behandelt. Aufgrund seiner Forschungsreise nach Japan müssen sie ihn vertreten. Viel Erfolg. Das ist eigentlich wie... War das nicht ursprünglich so, dass dieses Game gemacht worden ist, weil es eigentlich gar keine Kuscheltiere sein sollen, sondern Tiere? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das sehr sad. Wir gehen jetzt rein. So, was sagt die? Die Patientin erwartet Sie bereits. Gehen Sie bitte einfach durch die Tür. Ärztebuch. So, wen haben wir denn? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte teilen Sie dem Personal und mir Ihr falsches Urteil über diese Einrichtung mit oder diskutieren Sie über neue Fälle im Ärzteforum. Falls Sie über Neuigkeiten in unserer Einrichtung informiert werden wollen, tragen Sie bitte hier ein Paraplüsch-Newsletter. Meine persönliche E-Mail ist Kindermann mit besten Empfehlungen. Das ist ganz süß, da kannst du Feedback geben. So, okay. So, okay, was haben die ja alles eingetragen? Das sind einfach nur der Sonntag, der Schalunke. Haben die sicher alle eingetragen, die Leute? Dr. Mama, Dr. Kompa. Kann ich mir ja auch einen Namen geben? I don't know. Dann gehen wir mal rein. Okay, das sind alles unsere Fans. Oha, dieses Zeichen ist einfach nur Hardcore. Gut, also das ist, glaube ich, so der erste Kandidat. Wir haben noch die Schlange, wir haben hier dieses Krokodil, wir haben den Raben, wir haben das Schaf und wir haben die Schildkröte. Ich habe damals, glaube ich, nur dieses Nielpferd geschafft, Krokodil und Schaf. Alle anderen drei habe ich nie geschafft. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Nielpferd an. So, der Patient steht gleich zur Verfügung. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Okay. So. Patient heißt Lilo, Therapiestand 0. Medizinische Untersuchung, Traumanalyse, therapeutisches Gespräch, Telefonseelsorge, Supervision oder Beenden der Sitzung. Da muss man jetzt halt gucken, dass man die richtigen Dinge anstreicht. Ich würde erst mal sagen, wir machen eine medizinische Untersuchung mit dem kleinen, süßen Patient. Das ist alles so herzlich, ihr werdet es gleich sehen. Ich liebe das einfach. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern. Ich glaube, ihr habt das Spiel vor 20 Jahren gespielt, ne? Oh, wie süß. Ich höre ein Telefon. Das ist essentiell. Das müssen wir uns merken. So. Okay, das haben wir gemacht. Traumanalyse, therapeutisches Gespräch, Telefon. Ich mache mal eine Traumanalyse. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt überhaupt alles richtig ist. Aber wir gucken mal. Wir müssen erst mal unseren Patienten kennenlernen und gucken, was ihn so belastet tatsächlich. Komm schon. Schau hier auf diese kleine Kugel. Lass es zu. Lass es zu. Lass es zu. Ja, genau so. Der Kroko ist immer noch Teil der Plüschtiere zu Hause. Okay, also ich glaube, der Patient hat irgendwie ein Trauma wegen eines Telefones. Oh, guck mal, er hat es jetzt geschafft, die zusammenzuführen. Das heißt, wir haben jetzt endlich seine Konzentration. Sehr gut. Guck mal, jetzt kann der nicht mehr sich ablenken mit diesen blöden Steinen. Und die Therapie ist auch gut. Telefonseelsorge, medikamentöse Behandlung, Musiktherapie. Ist jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt? Ich darf nicht alles nach der Reihenfolge. Oder Spieltherapie. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Musiktherapie. Dann können wir ihn so ein bisschen mal ablenken, oder? Oder Spieltherapie. Ja, oder Spieltherapie. Ich weiß, ich glaube, man muss auch immer die richtige Reihenfolge anklicken. Ja, machen wir mal Spieltherapie. Mal gucken, ob das was bringt. So. Die Community möchte, dass wir die Spiele. So, jetzt nehmen wir ihn den Stift mal weg hier. Genau, die sind die Stifte, diese Steinchen. So, mein Freund. Jetzt wird sich mal hier auf was anderes kommen. Oh ja, perfekt. Ein Gameboy. Oh nein, da hat er es ja wieder. Oh nein, jetzt spielt der Tetris. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das Game so cute war. Das ist ja unfassbar süß. Guck mal, wie süß er da hinglotzt. Aber jetzt spielt er ja. Das ist ja schlecht. Leute. Jetzt haben wir wieder nicht seine Aufmerksamkeit. Das ist ja blöd. Traumanalyse vielleicht. Oh nein. Jetzt fängt er schon wieder an. Sollen wir noch mal eine Traumanalyse machen? Vielleicht kommt jetzt was anderes. Oh nein. Ich liebe das Game. Ich muss es einfach sagen. Ich finde es unfassbar süß. Ähm, okay. Aber er ist jetzt auch nicht wirklich happy. Jetzt fängt er schon wieder an, verdammt. Wir machen noch mal eine Traumanalyse. Leute, das war falsch. Ähm, noch mal Traumanalyse. Vielleicht träumt er jetzt was anderes. Wir probieren es mal. Ist gar nicht so einfach, Mann. Okay, Kollege. Schau mal kurz noch mal auf die Kugel, damit ich ihm noch mal wieder den Gameboy und das Spiel auf jeden Fall wegnehmen kann. Das wäre auf jeden Fall mal effizient und essentiell. So, genau. Lass dich gehen, lass dich gehen. Sehr schön. Nein, oh mein Gott, ist wieder was anderes. Der Arme. Ich glaube, dass es jetzt wieder schafft, das Spiel reinzupacken, oder? Guck mal, jetzt hat er es wieder geschehen. Das Spiel ist so dumm. Oh, guck mal, es geht ihm gut. Wir sind voll gut, Leute. Das Spiel ist for free. Das ist ein Browser-Game. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die, äh, Telefonseelsorge. Oder Medikament, oder machen wir Motivationstraining. Oh, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt vielleicht Telefonseelsorge mal machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, oder Motivation. Machen wir mal Motivation, aber ich hoffe, er hört mir überhaupt zu. So, jetzt gucken wir, was die Motivation ist. Power Motivating. Er macht sogar mit, das ist süß. Oh. Ähm. Das ist dumm, das Game. Ja, mit der erlangten inneren Harmonie können wir die Elemente unseres Lebens neu zusammenfügen. Guck mal, jetzt hat er es reingemacht und in das Reich der absoluten Harmonie eintauchen. Guck mal, er hat es jetzt einfach in sich aus reingesteckt wieder. Das war gut, oder? Nee, es hat nichts gebracht. Telefonseelsorge, oder? Oder medikamentöse Behandlung? Telefonseelsorge oder medikamentös, Leute? Ich bin mir nicht sicher. Telefon. Okay, wir gucken mal, was er uns so erzählt. So. Das ist geil. Das ist geil, das ist einfach nur Telefon. So doof. Stimmt, er hatte doch auch irgendwie ein Telefon im Traum gehört, ne? Also man hört ja in ihm ein Telefon. Das hat ja auch was zu bedeuten. Komm schon, mach auf. Nein. Nein, es hat nichts gebracht, verdammt. Das war falsch. Mann. Okay, das bringt noch nichts. Oh nein. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Oh nein, ihm geht es voll schlecht. Das war falsch. Ähm, wir müssen unbedingt ein therapeutisches Gespräch machen. Ach du, Heiligsblechle. Ich erreiche den Patienten nicht mehr. Oh shit. Wir haben den Patienten verloren. Oh nein. Jetzt fangen wir wieder von vorne an, oder? Oh Gott. Oh no. Oh mein Gott, da kommen wir nicht mehr raus. Medikamentöse Behandlung, Leute. Das Einzige, was wir noch machen können. Jetzt gibt es Drugs. Okay, es geht nur noch so. Der Patient muss von der Spielkonsole losgelöst werden. Oh mein Gott. Was ist mit dem Entwickler des Spiels eigentlich passiert? Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben den einfach Drugs gegeben, ne? Aber der sieht voll süß aus. Okay, der legt jetzt glaube ich richtig in seiner eigenen Welt, ne? What have we done? Was habt ihr getan? Ich glaube, das wird er uns niemals verzeihen, oder? Oh Gott, ist er wieder da? Game over. Oh nein, die Augen sind immer noch rot. Ich weiß nicht, damals war Tetris noch was krasses. Das Game ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Verdammt. Wir können es vergessen, Leute. Wir kriegen den nicht mehr. Sitzung beenden, wir müssen neu anfangen. Mann, der ist ja jetzt süchtig. Da komme ich ja nie wieder ran. Wir haben... Wir müssen von vorn anfangen. Der bleibt jetzt so, ne? Wir müssen von vorn anfangen. Das ist nicht gut, Leute. Weil die Patienten bleiben so. Möchte ich hier nur nochmal andeuten. Oh, verdammt. So, wir nehmen jetzt wieder den. Wir schaffen den jetzt. Das war schon gut. Wir hätten nur nicht... Die eine Entscheidung war falsch. So, wir haben medizinische Untersuchung. Das machen wir jetzt als allererstes Mal. Nein, ihr habt ihn mehr traumatisiert. Ihr wolltet, dass ich ihm... Guck mal, hört den Telefon. Das heißt, es ist irgendwas, was in seinem Kopf passiert. Die Traumanalyse, aber nicht das Spiel. So, Traumanalyse war, glaube ich, auch nicht schlecht. Die machen wir jetzt auch nochmal. So, weil dadurch erfahren wir ja, dass er, ähm... Also, beziehungsweise, dann kriegt er diese Würfel oder diese zwei Klötze da zusammen. Das ist gut. Kannst du denn seinen Mund aufziehen? Nee, tatsächlich nicht. So, und dann brauche ich auf jeden Fall Telefonseelsorge, medikamentöse Musiktherapie. Spieltherapie. Machen wir mal die Musiktherapie. Hat die Musiktherapie was gebracht letztes Mal? Oder machen wir die Telefonseelsorge? Aber Telefonseelsorge könnten wir jetzt auch machen, weil er kann es nur wo reinstecken. That's what she said. Weil er hat jetzt nichts, wo er es reinstöpseln kann. Außer er used sein Ass, aber das glaube ich nicht. Guck mal, geht ran. Willkommen bei der Telefonseelsorge. Bitte wählen Sie Ihr Anliegen. Sie halten sich für nutzlos? Wählen Sie die Eins. Sie sind Gott und wissen nicht mehr weiter? Wählen Sie die Zwei. Sie sind nicht von diesem Planeten? Wählen Sie die Drei. Sie müssen die Welt retten. Wählen Sie die Vier. Okay, er fühlt sich für nichts. Oh, was macht er denn jetzt? Hat er jetzt die Vier gewählt? Nee, er hat gar nichts gewählt. Die Drei. Okay, es hat auch nicht viel gebracht. Ich glaube, wir müssen einmal die Musiktherapie machen. Spieltherapie machen wir nicht mehr. Wach ans Musiktherapie. Mann, das ist voll schwer, das Game. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf. So, jetzt spiel mal mein kleines. Das macht dann Schloh und ich auch, wenn die ganze Scheiße rum ist. Na, guck mal. Er macht doch was. Aber er weiß immer nie, wie er es anwenden soll. Vor allem die Storys von den Plüschtieren sind voll spannend, wenn man mal rauskriegt, was sie erlebt haben. Okay. Ach komm, es gefällt ihm. Es ist doch schon mal gut. Nach allen Tenonaten, die wir hatten, nehme ich die Drei. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ich nehme sie auch. Jetzt machen wir mal die medikamentöse Behandlung oder die Spieltherapie. Spieltherapie hat es, glaube ich, voll gebracht. Nein, nicht die Drugs. Die Drugs kommen danach. Wir machen jetzt die Spieltherapie. Sonst nehmen wir ihn jetzt weg. Er hat Zwänge. Ihr könnt jetzt schon mal in den Chat reinschreiben, was ihr glaubt, was der hat. Weil die Geschichte, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber es war sehr, sehr spannend und es hat alles einen Sinn ergeben tatsächlich danach. So, jetzt kann er wieder ein bisschen spielen. Jetzt wird er Streamer. So, das hat ihm richtig gut gefallen. Jetzt müssen wir aber gucken, ob wir vielleicht das Motivationstraining, hat er nichts geholfen. Telefonseelsorge dürfen wir nicht machen. Traumanalyse wäre vielleicht jetzt ganz interessant nochmal. Hat die Traumanalyse vorhin was gebracht? Oder Motivationstraining. Ich mache jetzt ein Motivationstraining, weil es hat was geholfen. Motivationstraining. Okay. Powertraining, let's go. Lektion 1. In dieser Stunde werden wir die Vereinigung von Körper und Geist erfahren. Nur in universellem Einklang können wir den Reichtum in uns selbst erkennen. Da steht doch was anderes, ne? Und den oberflächlichen Reizen des Alltags entfliehen. Merkt euch das, Leute. So werden wir von willenlosen, degenerierten, konsumierten und schöpfern... Oh, das hat ihm gar nicht gefallen, ne? Das hat ihn jetzt genervt. Hey, ich glaube, der Gameboy ist keine gute Idee, ne? Muss ich ehrlich mal sagen. Da hat er jetzt gar keinen Bock drauf. Hat auch nichts gebracht. Puh, Leute. Was machen wir jetzt? Also Telefon auf keinen Fall. Es bleibt nur Traum oder Medikamentöse. Keine Games, ja? Ich glaube, die Games sind falsch. Der hat Aqua... Trifonophie. Die Angst vor spritzendem Wasser. Traum. Also Traum. Okay, wir machen Traum. Jetzt hat er dieses dumme Ding da die ganze Zeit in der Hand. Eine Traumanalyse bitte einmal durchführen. Dankeschön. Not that easy. So. Schauen Sie bitte einmal rein. Kein Gameboy wegen Aufmerksamkeitsstörung. Der Gameboy war der Fehler. Ich glaube auch. Aber jetzt lässt er ihn ja weg und vielleicht kann man ihn dann wegnehmen. Ich hoffe zumindest. Also Patienten kaufen. Es gibt auch die Plüschtiere, die man kaufen kann tatsächlich. Ja, ich glaube, man muss ihm die Sachen wegnehmen, dass er sich nicht mit irgendwas ablenken kann. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ich weiß gerade noch nicht wie. So, jetzt nehmen Sie ihn weg. Kann ich es ihm jetzt wegnehmen? Nee, kann ich nicht. Ähm, medikamentöse Behandlung. Vielleicht können wir es ihm dann wegnehmen. Es bleibt ja nichts anderes jetzt mehr. So, nehmen wir jetzt den Gameboy weg. Einmal hier die Drugs rein. Wird er davon nicht zurück... Zerdrückt? Ich weiß es auch nicht. Das ist nicht für so süß, aber irgendwie auch dumm. Oh, it's so cute. Ach, guck mal, es ist ein anderer Traum. Wie witzig. Da passiert immer was anderes. Oh, jetzt wird er... Ah, nee, stimmt. Ich glaube, vorhin hatte er das Ding drin. Deswegen ging es nicht mehr. Ich glaube, wir haben den Patienten schon wieder verloren. Aber das findet er jetzt vielleicht interessanter und legt den Gameboy weg und dann kann ich nämlich... Und dann kann ich nämlich ihm den Gameboy wegnehmen. Bitte lass mich dir den Gameboy wegnehmen. Das findet er jetzt ganz toll, ne? Das ist wirklich wie so ein Kleinkind. Komm schon. Ist das geil. Es ist aber auch irgendwie unfassbar süß. Okay, jetzt hilft nur noch ein Therapeut. Ich glaube, wir haben den Patienten verloren. Dieser verdammte Gameboy, Mann! Kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, guck mal, jetzt bin ich... Er ist jetzt ja high on life, ne? Jetzt bin ich ja... Ah, shit, der ist immer noch unter Drogen jetzt. Aber er hört mir zu. Das ist gut. Ja, verdammt. Nee. Jetzt bin ich weg, ne? Wenn das raus... Nee, aber ich gehe nicht weg. Verdammt. Also keine Drogen und kein Gameboy, Leute. Hey, wie kommt man da wieder raus? Supervision Hilfe. Okay, ich brauche mal Supervision Hilfe. Mal gucken, was das jetzt ist. Bitte. Bitte. Die erfolgreichste Substitution des Puzzles durch eine synthetische Ersatzwelt kann nur als Übergangsschritt gesehen werden, der zum weiteren Lösen der Patienten von seiner introjektiven Verhalten mit autistischen Zügen dient. Dieser Kontaktprozess muss nun unterstützt werden. Okay, das hat mit überhaupt nichts gesagt. Telefonseelsorge will ich nicht tun. Ich frage nochmal. Supervision Hilfe, bitte. Der Rückfall in intro-objektive Ersatzhandlungen hindert den Patienten an einer Selbstfindung. Ja, okay. Welche Voraussetzungen für das Aufdecken der Ursachen, der verschweigt... Ja, wir dürfen ihm nichts geben. Ganz klar. Das war schlecht. Motivationstraining. Also wir haben den Patienten sowas von verloren und ich kriege den auch nicht mehr zurück. Der darf keine Games spielen, ne? Das macht er jetzt auch gleich wieder aus. Power-Motivation. Lektion 2. Entspannung. Ja, ich kann jetzt auch gleich Telefon machen. Aber er hört zu, er hört zu. Hektik und Zeitnot geprägt. Ja, ja, vielleicht hilft es ja. Ja. Ja, Entschwingung versetzen, ja. Wir atmen ein. Aus, macht er mit. Und aus. Das Spiel kenne ich auch noch. Walfisch und Lett. Es war so geil. Jeder hat es gespielt. Ja, mit der erlangten inneren Harmonie können wir die Elemente unseres Lebens neu zusammenfügen und in das Reich der absoluten Harmonie eintauchen. Ja. Also, wir dürfen, du kannst auch die Sitzung einfach beenden, später weitermachen. Das Problem ist, wir kommen da nicht mehr raus. Wir müssen es neu starten. Wir dürfen ihn einfach nicht. Aber es ist jetzt besser. Traumanalyse vielleicht nochmal, oder? Komm, wir haben es jetzt besser gemacht. Vielleicht können wir ihn doch noch retten. Telefonseelsorge wäre nicht gut, weil dann macht er, obwohl, muss er für die Telefonseelsorge nicht erst das Spiel rausnehmen. Das macht er jetzt. Wir machen nochmal die Traumanalyse. Bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Kann doch nichts klicken hier. Vielleicht nochmal die Traumanalyse jetzt. Aber dann träumt er wahrscheinlich wieder das gleiche. Ach nee, das ist ja voll schlecht jetzt geworden. Ach jetzt, wo er das ausgesteckt hat. Okay, Leute, lasst uns nochmal neu starten. Das macht ihr. Wir dürfen ihn in Gameboy nicht nehmen. Neu start! Also, wir probieren es jetzt nochmal und wir sagen jetzt auf jeden Fall kein Gameboy. Okay? Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass wir ihn vielleicht echt erstmal medizinisch untersuchen. Das fand ich war okay. Dann machen wir die Traumanalyse, weil dann sind die Klötze zusammen. Und dann würde ich ein therapeutisches Gespräch machen. vielleicht erst Traumanalyse, medizinische Untersuchung als erstes. Weil therapeutisch würde mir jetzt eh nicht zuhören. Wir müssen die Klötzchen wegbekommen. Die Klötze müssen weg. So, da haben wir wieder das. Das ist irgendwas Traumatisierendes für ihn. Okay. All good. Niemand da. Genau. Dann würde ich die Traumanalyse machen und dann ist therapeutisches Gespräch, weil jetzt hört er eh nicht zu. Weil dann sind die Klötzchen zusammen. Und dann gucken wir mal. Ob das was bringt. Und danach vielleicht Entspannung. Ja, vielleicht stimmt. Vielleicht dann auch wirklich dieses Motivation. Wir gucken mal, was als Option frei ist. Weil das Spiel gibt uns ja auch immer nur gewisse Optionen. Das ist ja das Nächste. Wir haben ja nicht diese Optionen. Immer. Hallo. Und alles schön, dass ihr da seid. Wir tun gerade Kuscheltiere, die traumatisiert worden sind. Therapieren und was da so rauskommt, ist teilweise echt interessant. Und danach gibt auch die ganze Therapie in deren Verhalten voll der Sinn. Schlo, 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 schlo. Schlo, 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 schlo. Ich freue mich sehr, dass Leute in den Chat kommen, sagen, oh mein Gott, paraplüsch. Das ist so cool, dass ihr das kennt, Leute. Ich habe das auch gespielt, als ich noch klein war. Vor 40 Jahren. So, das war gut. So, das war gut. Jetzt wäre die Frage, Telefonsellsorge hat vorne in den Zustand nichts gebracht. Wir haben jetzt halt nur Telefonsellsorge, medikamentöse, Musiktherapie und Spieltherapie auf gar keinen Fall. Das heißt, wäre jetzt die Frage, ob wir jetzt vielleicht, Motivation können wir nicht. Telefonsellsorge hat ja auch nichts gebracht, ne? Musik ist immer gut. Sollen wir die Musik machen? Bei Medikamente pustet den ja auch nur weg, oder? Dann ist er wieder high. Telefon oder Musik, würde ich sagen. Ich glaube, er braucht das Game doch. Telefon oder Musik? Machen wir mal Musik, oder? Aber dann hat er wieder was Neues. Ja, probier mal Musik. Wir nicht direkt mit Drugs vollpumpen, den armen kleinen Racker. Hier, fang mal was damit an jetzt. Do something. Autisten reagieren gut auf Musik. Er hat ja autistische Züge, wurde gesagt. Oder? Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, damit kann er nichts anfangen. Hm. Okay. Net. Aber war jetzt auch nicht negativ. Dann machen wir mal Telefon. Motivation geht nicht. Ich würde Telefon machen jetzt, oder? Oh, das ist so schwierig. Oder Medikamentöse. Das bringt aber auch nichts. Oder Medikamentöse und dann Telefon. Weil es dann irgendwelche Sachen auf ihm hervorruft, weil er high ist. Hatten wir nicht in dem Status schon Telefon und da kam nichts raus? Was ist denn, würde ich denn jetzt Drugs spritzen und Telefon? Weil er dann vielleicht, weil er dieses Tuten im Kopf hat, irgendwelche Sachen aus seiner Erinnerung kommen von früher, oder? Was meint ihr? Na ja, machen wir Telefon erst mal. Ich weiß es nicht. Ja, Medikamente, dann Telefon oder jetzt? Ja, probieren es mal. Weil ich glaube, wir hatten vorhin Telefon und dann hat er ja einfach aufgelegt und eine Nummer gewählt. Das heißt, wir geben jetzt mal die Drugs und dann macht er das Ganze mal mit Telefon. Ach, guck mal, wie süß. Oh. Look at this. Du bist auf einer Wiese. Vielleicht kommen jetzt Kindheitserinnerungen. Was zur Hölle? Okay. Das fand er jetzt richtig wild. Oh, jetzt ist er richtig. Nein, jetzt sind die wieder auseinander. Nein! 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 Nein, das war falsch. Oh Gott. Dann nochmal Traumanalyse. Traumanalyse. Und dann sind wir, glaube ich, wieder da, wo wir waren. Mann, das Spiel ist so schwer. Ich habe es nicht so im Kopf gehabt. Oh Gott. So. Look at this. Mal gucken, ob er jetzt was anderes träumt oder wieder das Gleiche. Dann sind wir wieder auf dem Status von vorhin. Das wäre schon mal gut. Geil, es kürzt ab. Geil. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Das ist gut. So, das heißt, theoretisch müsste der Balken jetzt auch wieder ein bisschen weiter vor sein und sagt uns also, dass es okay war. Denn jetzt kann er... Ja, sehr gut. So, Telefonseelsorge kommt dann jetzt. Okay. Let's go. Er geht dem Hinschum mal ran. Willkommen bei der Telefonseelsorge. Dann wählen Sie die vier. So. Kann er irgendwie auch nichts mit anfangen, ne? Ich glaube tatsächlich, wir müssen ihm doch diese verdammte Spielkonsole geben, ne? Es bringt nur was Supervision. Lass uns mal Hilfe holen. Ich glaube, wir müssen ihm wirklich das Spiel jetzt geben. Was steht hier drin? Der manische Puzzlebetrieb des Patienten ist mit der Lösung des Puzzles zu einem für den Patienten nicht interpretierbaren Ereignis gekommen. Seine Verwirrung hat anscheinend noch zugenommen. Dies ist vermutlich auf die Dimension des inneren Konfliktes zurückzuführen, der durch die selbst gesetzte Aufgabe nicht mehr supplementiert werden kann. Eine Substitution des simplen Holzpuzzles mit einem ähnlichen, aber abstrakteren Spiel kann einen weiteren Einblick in die innere Problemwelt des Patienten liefern. Gleichzeitig kann ein audio-autodidaktischer Lärmprozess bei den Patienten stimuliert werden, der zu einer neuen Kontaktwahrnehmung führt. Allerdings wäre dies nur ein Zwischenschritt. Das starke, introjektive Verhalten könnte jedoch gelockert werden. Das heißt, wir müssen ihm den Game Boy geben. Wir müssen die Spieltherapie machen. Wir müssen nur schaffen, ihm das wieder wegzunehmen. Das ist wichtig. Also Spiel und Musik vielleicht. So, jetzt gib ihm mal die Dinger daher. Game, dann Traum. Ja, wir gucken, ob das jetzt geht. So. Da guckst du. Das ist wie, wenn sich dein Kind nervt und du gibst ihm so eine Spielkonsole. So, okay, das ist gut. So, und jetzt muss ich doch Traum machen, oder? Motivationstraining, Telefon auf gar keinen Fall. Medikamentös hat auch nichts gebracht, Motivationstraining auch nicht. Das heißt, jetzt Traumanalyse, oder? So, jetzt gibt es Traum. So, Kollege, jetzt guckst du mal. Jetzt gucken wir mal, was hier Traumatisches passiert ist. Schau auf den Ball. Immer schön auf den Ball schauen. Sehr schön. Dankeschön. Wunderbar. Perfekt. Oh, guck mal, das hatten wir noch nicht. Oh, der arme Zwerg, der kann es nicht aufhalten. Oh. Oh. Lilo. Lilo steht da. Wir haben einen Namen. Lilo. Lilo. Wer ist Lilo? Oh, es steht auf. Lilo ist doch er. Er heißt doch Lilo. Okay. What is happening? Okay, es geht um eine Rechenaufgabe. Mathematik. Eine Gleichung, die er nicht lösen kann. Okay. Interesting. X ist gleich. Jetzt hat er den Druck, dass er das lösen muss. Eins. 13. Und dann kam eine dunkle Hand. Und dann darf er nicht reden. Oh, der Arme. Okay. Wow. Der Patient ist gleich am reden. Medikamentöse Behandlung, medizinische Untersuchung. Spieltherapie oder Maltherapie? Boah, shit. Was machen wir jetzt? Okay, wir haben ihn richtig weit jetzt. Was machen wir jetzt? Medikamentöse würde ich eher nicht. Medikamentöse nicht. Medizinische Untersuchung hatten wir auch schon. Vielleicht malen. Malen. Wir machen mal Malen. Maltherapie. Vielleicht möchte er uns ja aufzeigen, was ihm passiert ist. So, jetzt mal mal für mich. Oder für uns. Weil wir wissen ja nicht, was er gesehen hat, ne? Oh, guck mal, er malt ganz hastig. Der kleine Picasso. Der arme kleine Picasso. Guckt ihn euch an. Das geht immer um diese komische Gleichung. Jetzt gibt es mir auch zurück. Okay, aber der Patient ist endlich wieder ansprechbar. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Ich glaube, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Okay. Dann haben wir medizinische Untersuchung. Ich würde mal trotzdem medizinisch untersuchen. Spieltherapie haben wir sonst auch noch. Die gebe ich aber auf keinen Fall wieder, oder? Nee. Spieltherapie ist ja wieder in den Gameboy geben. Medikamentöse würde ich aber auch ungern machen. Oder einfach nochmal medizinisch. Aber dann hören wir wahrscheinlich wieder nur das Tuten. Wir untersuchen jetzt mal. Kann ja, glaube ich, nichts passieren. So, einfach mal anlegen. Okay, irgendwas will raus, aber er lässt es nicht raus. Okay. Alrighty. Jetzt, es fehlt nur, also wir können jetzt nur noch medikamentös ins Spiel. Ich würde ihnen eigentlich jetzt echt nicht gerne eine Spieltherapie geben, weil dann ist er wieder am Handy. Therapeutisches Gespräch kann ich irgendwie nicht machen. Warum ist es durchgestrichen eigentlich? Das habe ich doch noch gar nicht ausgewählt, oder? Wie ist es? Hm. Den Reißverschluss kann ich leider nicht öffnen. Soll ich vielleicht... Boah, ich weiß nicht. Kann nicht therapeutisches Gespräch, aber würde nichts sagen. Soll ich es mal probieren? Weil ich kann ja trotzdem draufdrücken, aber es ist durchgestrichen. Aber hatte ich überhaupt ein therapeutisches Gespräch gemacht? Ich glaube, es wird nichts bringen, er wird nichts sagen. Also, medikamentöse oder Spiel? Ich habe Angst. Medikamentöse oder Spiel? Was sagt ihr? Ja, komm, wir machen medikamentös. Die sagen alle medikamentös. Ich glaube, Spiel wäre jetzt nicht gut, dann hat er wieder diese dumme... Oh Gott, aber ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn jemand reden will. Du setzt ihn unter Drogen, dass er dann redet. Das ist eigentlich nicht das, was ich gut finde. Oh Gott, bitte lassen wir uns jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Oh, ich glaube, das war nicht gut, Leute. Das war nicht gut, das war nicht gut. Er hat sein Nasenloch verloren. Oh nein, ich glaube, das war wirklich nicht gut. Jetzt kriegt er ja keine Luft mehr, ne? Jetzt muss er ja reden. Er kriegt ja keine Luft mehr. Oh no. Oh Gott. Hat nichts, keinen Unterschied gemacht. Dann bleibt ja eigentlich nur Spieltherapie, ne? Schon wieder. Okay. Das war gut genug, okay. Also machen wir nicht therapeutisch, wir machen jetzt Spiel. Ich probiere nochmal ein Gespräch. Ich will nur gucken, was passiert. Ich glaube, dann kommt Supervision, lesen wir gleich mal, ja. Alles wird gut. Du musst immer nur... Oh, ich will den Reißverschluss aufmachen. Oh, da war was drin. Oh oh. Oh oh. Oh. Das haben wir richtig verkackt, ne? Oh oh. Oh nein. Okay, okay. Ich glaube, das war nicht gut. Ähm. Was machen wir jetzt? Musiktherapie oder Spieltherapie? Ähm. Musik vielleicht? Therapie? Jetzt untersuchen. Kann ich nicht mehr. Musik! Und dann lesen wir gleich die Supervision, okay? Oh Gott. So, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben es doch so fast schon hinbekommen. Ach, guck mal, er spielt jetzt. Süß. Er spielt. Das ist gut. Er spielt. Das ist sehr gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Oh, das ist irgendeine Melodie, die ihm wahrscheinlich was sagt, ne? Aber ist gut, es gefällt ihm. Das heißt, dann können wir als nächstes kurz nochmal gucken, was uns das Spiel sagt. Hoffentlich hat es jetzt ein bisschen Plus gegeben. Ne, hat gar nichts gemacht zu Supervision. Wir brauchen mal Hilfe. So, was sagt die Hilfe? Die Hilfe sagt, die gewaltsame Kontaktunterbrechung weist erneut auf die schwere neurotische Störung des Patienten hin, welche Selbstverletzungen mit einschließt. Die negative Übertragung des Verdrängten auf die Gestalt der Therapiepuppe lässt dabei die Interpretation zu, dass der Patient unangenehme Erfahrungen bei dem Kontakt mit sogenannten Autoritätspersonen gemacht hat, welche Hornbrillen tragen. Okay, das diagnostische Bild sollte durch das Heranziehen von gestalttherapeutischen Methoden verfeinert werden. Was ist denn gestalttherapeutische? Also ich kann ja nur noch die Spieltherapie machen. Dann machen wir jetzt die Spieltherapie. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Oh Gott. Ah, guck mal, es ist jetzt was anderes. Sehr gut. Ich dachte, es ist wieder der Kack-Gameboy. So, dann spiel mal jetzt. Little Boy. Guck mal, es ist wieder... Oh, oh, oh. Oh, es gefällt ihnen. Oh, ich glaube, es erinnert ihn an was, oder? Eine Schulglocke. Alarmglocke. Oh, 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 oh. 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 In ihm hat man einen Spickzettel versteckt. Oh, 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 oh. Oh, der Arme. Oh mein Gott, der Arme. Oh mein Gott, das war da für ein Shit drin. Oh, jetzt geht es ihm wieder gut. Oh. 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 Was hat er da am Buch liegen? Die Sachen machen wir mal weg. Er ist ein Federmäppchen. Guck mal, er redet mit mir. Da war eine Beauty-Bag. Deswegen wollte er seinen Mund nicht aufmachen, weil er wusste, dass er sie dann verrät, ne? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann eine medizinische Untersuchung. Machen wir mal. Upp. Man hört nichts mehr, sehr gut. Dann machen wir jetzt mal Telefon, ja? Telefon-Sellsorge finde ich gut. Ja, es hat geklappt, Leute. Ja, Paraplysch ist so süß. Oh, da ist die Nummer, der ruft sie jetzt an. 31735. Süß, der ruft sie jetzt an. Oh, nein, ich schmilze. Hallo? Hallo? Ist da wer? Halilo? Bist du es? Ich komme vorbei. Oh, süß! Oh, er ist jetzt gegangen. Geil, wir haben ihn gerettet. Geil, wir haben ihn gerettet. Das Krokodil da. Das Krokodil da. Dann kam das Schaf. Dann, glaube ich, die Schlange, Schildkröte. Der Rabe war der letzte. Das heißt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, das ist mir viele Daumen nach oben da in den Kommentaren. Dann weiß ich Bescheid. Dann würden wir nämlich als nächstes das Krokodil machen. Und ich bin sehr gespannt. Der Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr kostenlos spielen. Ich liebe das Game. Ich habe das damals, wie gesagt, vor 20 Jahren, glaube ich, schon gespielt. Oder kann es sein? 15 Jahre? Wir haben schon sehr lange her. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns definitiv, hoffentlich, in der nächsten Folge, wenn wir uns den nächsten Patienten mit einem traumatischen Erlebnis vornehmen. Bis zum nächsten Mal.